So, nach dem Schnitt wieder hier. Und ich glaube, jetzt wird's erst richtig lustig. Weil jetzt werden wir wahrscheinlich sterben. So, mehr mach ich mal nicht. Mehr könnte gefährlich sein. Schon tot? Das nenn ich ja mal. Verdammt, wo sind die denn? Oh nein, drei Mumien. Da schleicht sich doch gerade eine Mumie ein. Na gut, ich hatte mir eigentlich keine Sorgen. Doch, ich muss mir Sorgen machen. Das ist ziemlich hart. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, Leute. Aber bei der zwölften Angriffe werde ich sterben. Das wäre jetzt das Schadeste, was mir passieren könnte. Na verdammt. Ich, nur über ein paar Schritte kann mein Schicksal entscheiden. Nein, eine Mumie läuft direkt auf ihn zu. Ist das das Ende? Ich denke, ja. Das ist gleich wie weift. Da muss ich zwar einen Notschritt greifen. Sieht mal so aus, als ob ich noch gerade knapp wieder da vorkomme. Nur der da hier, der macht mir etwas Sorgen. Nun ja, er sollte mir eigentlich keine Sorgen machen. Sie haben die irgendwie Brandpfeile oder wie ich aussie. Ah, das nennt sich formidable. Hm, da habe ich ja noch Platz für einen. Schon ein Up in Strength sollte kriegen. Den Enggültig, das Handwerk zu legen. Achtung, schnelle Gegner. Na, die werde ich aber brauchen. So, die machen wir fertig. Feuermagien und mit schnellen Einheiten könnt ihr mich jetzt leider nicht mehr wissen, Leute. Hahaha. Das war wahrscheinlich nur ein Fogenschmack. Dem, was jetzt dann gleich kommt. Oh, verdammt. Und ich schmecke... Oh. Verdammt. Wie viel hat der? Gut. Gut, das hat mich jetzt endgültig gerettet. Aber wenn die tot sind, dann läuft gar nichts. Die sind auch alle tot. Na toll. Give me my wife. Echt toll. Necromant. Verdammt, verdammt. Ich hasse den Necromant. Oh nein, jetzt kommt wieder so ein fetter Boss. Überall von denen? Das kann ich ja fast nicht glauben. Na, die haben ja... Klar haben die keine Chance. Aber wenn ich jetzt in der 13. Angriffswelle sterbe, das wäre so zu schmerz. Schnell töte den, bevor er nicht angreift. Ach, war Junge. Ach, war so hart. Nein, das ist nicht wahr. Er hat 45. Na, das will ich ja mal hoffen. So, jetzt... Jetzt gibt's der Traufhau. Das große Traufhau. Ich glaube, ich lass mal lieber. Verdammt. Wir sind wirklich sehr schnell. Ja, die 14. Angriffswelle. Ich wusste, dass hier sowas kommt. Ja. Na super, und die haben ja nur 5.000. Echt extrem. Ich mach kurz Schnitt. Hi Leute, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Das ist mit Abstand das Brutalste. Nun ja, die 15. Wird noch schlimmer sein, aber... Die Gegner sind einfach zu schnell. Verdammter Mistpriester. Na gut. Ich bin zwar in der Noten, aber ich bin so gut zwölf. Necromant. Ich schlage meine Priester einfach tot. Was ich einfach nicht war. Nur das habe ich erwartet. Na gut. Na gut. Die Blechpüchse ist kaputt. Oh nö, ne. Jetzt nicht so ein endloses Zeug. Das habe ich... Na toll. 30.000 Angriffswelle wollen. Gut. Jetzt, das muss ich schaffen. Das muss ich schaffen. Und wie schaffe ich das bitte? 42 Gegner? Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Was ist ein Verzema. Das hat ein Verzema. So viel besser. Skorpion auch gut Ein bisschen Skorpion Was muss ich sehen? Nee, nicht wahr Nicht wahr Notlösung Oh Gott Oh Gott, oh Gott Nein Nein, 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 das ist Das ist mein Untergang in der 14. Angriffswelle Das darf nicht wahr sein Nein Nein, nein Nein, verdammt Warum auch Moment, ich weiß, was ich jetzt nur noch tun kann Das ist die allerletzte Lösung Nein, 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 nein Vielen Dank.